Ja, willkommen zum kleinen Webcast über Inams in .NET. Und zwar möchte ich mal zeigen, wie man es vielleicht besser machen kann. Ich höre mir da auch gerne dann Kommentare oder Feedback zu an. Und zwar habe ich hier mal so eine Standard-Inam, wie sie in C-Sharp existiert, mit dem Inam-Schlüsselwort und da drin kann man dann eben diese Namen vergeben, also diese Strings und es wird dann gemappt auf zum Beispiel ein Byte oder ein Integer. Das Problem mit der ganzen Geschichte ist, das skaliert relativ schlecht, weil man dann in seinem Code relativ viele If-Anweisungen bekommt. Und sobald man jetzt beispielsweise noch einen weiteren Wert hinzunehmen möchte, muss man wieder über dann die Stellen, wo man Ifs drin hat, und den Code ergänzen. Und ein Einsatz wäre, das Ganze als eine Klasse zu machen. Ich habe das in meinem Fall mal als abstrakte Klasse implementiert. Und ich verwende Enamoration Base als Basisklasse. Ich bin persönlich gar kein Fan von Vererbung. Ich habe mir diese Enamoration Base von dem Jimmy Bogart entliehen. Wer sich wundert, warum hier einmal Englisch, einmal Deutsch, das Deutsche hier ist ein Domainbegriff. Und Enamoration Base ist quasi Infrastruktur-Code, den die Fachabteilung nicht interessiert. Und der ist auf Englisch. Und zwar habe ich die hier einfach kopiert. Das werde ich dann in meinem Blog zur Verfügung stellen, den Code. Da möchte man jetzt gerade weiter reinschauen. Das ermöglicht mir einfach in den Klassen, in denen ich eben diese Enums mit Behavior implementieren möchte, ein gewisses Standardverhalten, wie man hier sieht. Und im vorliegenden Fall habe ich jetzt eben eine abstrakte Klasse gemacht und habe da drauf Static Read Only Properties definiert. Ganz kurz zu dem fachlichen Hintergrund, damit man auch ein bisschen sieht, wo dann die Vorteile sind. Wir reden hier über unterschiedliche Artikel. Also Artikel, die zum Beispiel von uns am Lager direkt an den Kunden verkauft werden. Artikel, die zuvor bei einem Lieferant zugekauft, an uns geschickt, bei uns umgepackt und dann weiterverkauft werden. Oder Streckenartikel, das sind dann Artikel, die direkt vom Lieferant an unseren Kunden geschickt werden, wo dann aber auch wir als Absender draufstehen und unsere Logos und so weiter. Diese drei Artikeltypen unterscheiden wir aktuell. Da müssen wir noch drüber sprechen, ob es vielleicht sogar Geschäft heißt, also was für eine Art von Verkaufsgeschäft es sich gehandelt hat. Das ist jetzt alles hier eh nur ein Prototyp, eine Art Spike-Solution. Mit dem arbeite ich relativ gern, vor allem wenn wir neue fachliche Features angehen. Um einfach ein Gefühl für die Domäne zu bekommen, weil selbst die Fachabteilung ist sich oft dann unsicher und unschlüssig. Und dann ist das eigentlich eine ganz nette Sache. Der Code wird danach weggeworfen, einfach neu programmiert. Und hier habe ich schon gemerkt, ja da kann es sein, dass noch was hinzukommt. Wer weiß, ob sich das nicht ändert. Dann, anfangs hieß es ja, alle drei Sachen werden gleich berechnet. Was natürlich nicht so final bleiben wird, weil Streckenartikel beispielsweise direkt an den Kunden geliefert werden. Dann weiß man schon, okay für die Berechnung davon ist einiges nicht notwendig, weil wir müssen es zum Beispiel nicht einlagern. Wir haben von unserer Seite aus keine Verpackungskosten und keine Versandkosten. Die werden in dem Fall nämlich schon im Inventurpreis eingerechnet. Auf der anderen Seite geht es relativ tief fachlich, das möchte ich gar nicht machen. Sondern der Hintergrund ist einfach nur der. Streckenartikel müssen rein schon fachlich, was es ausdrückt, anders kalkuliert werden als Lagerartikel und Zukaufartikel. Und es kann durchaus sein, dass fachlich später mal heißt, oh wir brauchen sogar noch einen vierten Typ oder einen fünften Typ. Oder Zukaufartikel werden nicht berechnet wie Lagerartikel, also da ist relativ viel möglich. Und damit halte ich mir das Ganze ein bisschen flexibel. Ich habe jetzt einen Konstruktor gemacht, der ist protected. Den Hintergrund erkennt man gleich. Und zwar, wenn man sich mal eine Implementierung anschaut von so einem Artikeltyp. Hier habe ich einen Lagerartikel, der leitet von Artikeltyp ab. In dem Fall ist aus meiner Sicht jetzt eben das Vererbungsprinzip sinnvoll. Einer der wenigen Fälle, wo das sinnvoll ist. Und wie man hier sieht, hier greife ich eben auf die Enumeration Base zurück. Und jetzt setze ich eben, sagen wir mal, Verhalten auf unserem Domänenobjekt, Lagerartikel. Und zwar, der Lagerartikel wird ja aus unserem Lager versandt, wie ich vorhin erwähnt habe. Also ist es true. Und beim Streckenartikel wäre das jetzt beispielsweise false. Und wie man auch hier sieht, der Algorithmus ist wesentlich länger als dieser Algorithmus. Wer sich gerade fragt, um was für ein Muster sich es dabei handelt, ist es das Decorator Pattern, das ich hier verwende. Aber zurück zu unserer Innamengeschichte. Und zwar hat man jetzt den Vorteil eben, dass man dort, wo eigentlich die Logik stehen sollte. In dem Fall sagt unser Streckenartikel, ich muss so und so berechnet werden. Oder unser Lagerartikel, ich muss so und so berechnet werden. Und unser Lagerartikel sagt auch, ich werde aus dem Lager versandt. Und ich könnte gegebenenfalls eben noch weitere Properties hinzufügen, wenn ich das wollte. Und der Vorteil ist dann eben, dass man da, wo es eigentlich auch fachlich zu sehen ist, dass es da aus meiner Sicht drin steht. Jetzt zum eigentlichen Vorteil, wenn man das Ganze jetzt verwendet, braucht man eben nicht mehr mit den Ifs arbeiten. Und gegebenenfalls, wenn ein neuer Artikeltyp hinzukommt, dann überall das ändern. Sondern ich bin jetzt in der Lage, in meinem zu implementieren Code zu sagen, das ist jetzt der implementierende Code. Und auf dem sage ich jetzt Artikeltyp, Algorithmus und laufe dann drüber. So, der andere Fall wäre gewesen, wenn ich es mit einer typischen Inam gemacht hätte. Also das ist jetzt der Calculator, der quasi über den Algorithmus durch iteriert. Und der andere Fall wäre jetzt gewesen, wenn ich es mit einer typischen Inam gemacht hätte. Ich hätte hier If machen müssen und dann Position Artikeltyp.equals und dann zum Beispiel Lagerartikel. Oder, weil es ja eine richtige Inam-Misch, hätte man einfach so machen können, jetzt zum Beispiel Inam.Lagerartikel. Ja, man kann es sich vorstellen. Und hätte dann hier eben lauter Else If, Else If, Else If. Das widerspricht schon mal auch dem Open-Close-Principle. Weil ich muss ja, wenn ich was hinzufüge, jetzt an alle anderen Stellen gehen und überall, also an alle Stellen gehen, wo das irgendwie drin ist und verwendet wird. Und da gegebenenfalls eben eine Zeile hinzufügen. In meinem Fall ist es so, ich habe natürlich immer noch ein bisschen Problem, verstoße immer noch gegen das Open-Close-Principle, wie man hier sieht. Weil ich müsste ja auch hier noch eine Zeile hinzufügen. Aber aus meiner Sicht ist das noch überschaubar. Es gibt noch weitere Lösungsansätze. Ich möchte es aber mal über diesen jetzt belassen in diesem Webcast. Ich muss dann hier nur eine Zeile hinzufügen und dann ist gut, wenn, jetzt noch eine kleine Einschränkung, wenn man natürlich in der Lage ist, dort, wo diese Artikeltypen gesetzt werden, das entsprechend auch auf Basis von einer Konvention zu setzen. Sonst müsste ich natürlich auch überall an die Stellen, wo die Artikeltypen gesetzt werden. Die Idee sollte eigentlich fachlich gesehen nur an einer Stelle passieren. Dann müsste ich, wenn ich noch einen vierten Typ hinzunehme, auch nochmal an diese Stelle und gegebenenfalls das von Hand ändern. Aber wenn es möglich wäre, das auf Basis von einer Konvention zu machen, dann wäre im Prinzip einfach nur hier eine weitere Zeile hinzuzufügen. Also machen wir es gerade mal. Streckenartikel, noch unbekannter Artikel. Und dann gehe ich her. Und mache einfach eine neue Klasse. Das heißt, ich muss jetzt nirgendwo mehr am bestehenden Code was ändern. Und damit wäre das Ganze implementiert. Idealerweise bietet es sich in solchen Fällen an, da wo eben der Artikeltyp aufgelöst werden muss, eine Factory zu verwenden. Man kann sich schon vorstellen, dieser Artikeltyp wird auf einem Objekt namens, ich glaube Artikel war es, gemacht. Artikel oder Position, das weiß ich jetzt nicht mehr. Position müsste gewesen sein. Und wenn man da jetzt den Artikeltyp rausfinden will, dann könnte man in der Methode oder beispielsweise im Konstruktor von der Position, könnte man dann aufrufen Factory oder machen wir auch besser Artikeltyp Factory, ich nenne es jetzt einfach mal Resolve. Und da gibt man dann die Position rein und das kann dann anhand der Position den Artikeltyp resolven und dann wird es gesetzt. Also idealerweise, wenn man das auf Basis von entsprechenden Regeln machen kann, dann müsste man nur an dieser Stelle eine Zeile hinzufügen und dann die jeweilige Implementierung in der eigenen Klassenmacher. Das ist sehr überschaubar und aus meiner Sicht hat man dann auch fachlich die Implementierung da, wo man, wenn man mit der Fachabteilung auch darüber spricht, stehen hätte. Also wenn ich mit der Fachabteilung zusammensitze, ich habe jetzt leider gerade nicht unser Board da, wo wir das aufgezeichnet hatten, da war klar, wir haben über Artikeltypen gesprochen und für einen Artikeltyp Lager ist eine Ausprägung, zweite Ausprägung, dritte Ausprägung und dann haben wir über jeden einzelnen Ausprägungen gesprochen, wie wird sie berechnet, welche Merkmale hat sie. Und deswegen finde ich es auch besser, wenn sich das dahingehend abbildet. Die Tests, die wir dazu schreiben, schildern das Ganze auch. Die Fachabteilungen kriegen diese Spezifikationen in Form von HTML. Wir arbeiten mit Machine Specifications dafür, also dieses Framework Machine Specifications. Und der generierte Output, der bedient sich der Domänen-Sprache, da steht dann auch Artikeltyp drin. Und du das Ganze eben wieder zurückfließen lassen in die Sprache und in die Zusammenarbeit mit der Fachabteilung, von der die Definition stammt. Und ich finde das eigentlich einen ganz schönen Lösungsansatz. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie seht ihr das, wie macht ihr das bisher, seid ihr auch unzufrieden bisher mit Inams. Und ich werde das Video auf YouTube stellen und aber auch einen Blog-Eintrag dazu, da kann man dann auf beide Beiträge, wo es einem lieber ist, posten. Ja, bis dann.